Zum parken müssten sie, haben sie diese kleinen Dreieckender gesehen? Ja, die auf dem Boden eingezeichnet sind, da hinten. Warum nicht? Ja, weil der Kaput ist für die oberen Gäste. Das hat mir meine Mama gesagt, dass ich ihnen sagen soll, dass es besser ist, wenn sie in diesen Dreiecken gehen. Also von der anderen Seite, so. Genau, also, naja, in deinen Schatten sehen sie diese weißen Dreiecke ungefähr? Ach da, hier die Backbucht. Genau. Ja, ja, gut. Da einfach. Alles klar. Warte, mach mal. Du kommst, komm nachher. Sehr lieb.